Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Photoshop Tutorial. Heute schauen wir uns an, wie man aus Formen in Photoshop Muster erstellen kann. Dazu brauche ich mal irgendeine gewünschte Form. Ich habe mich jetzt für diese Blätter entschieden und das erste was wir machen ist, wir rastern die Ebene, weil wir brauchen einen transparenten Hintergrund und tun hier den Hintergrund entfernen. Das hat jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, das heißt wir bessern hier nach und markieren jetzt unsere Blätter und können unter dem Reiter Bearbeiten Muster festlegen wählen. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich hier die falsche Ebene ausgewählt habe. Wenn ich die Hauptebene ausgewählt habe, dann wird mir diese Funktion freigeschalten und jetzt kann ich das ganz einfach nennen, wie ich will. Ich nenne das Blätter, sage ok und habe mir jetzt eine Mustervorlage erstellt. Jetzt können wir die Auswahl aufheben, eine neue Ebene erstellen und die alte Ebene ausblenden. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Unter dem Reiter Bearbeiten habe ich dann auch die Möglichkeit Fläche füllen zu wählen und hier habe ich dann verschiedene Möglichkeiten und ich wähle hier dann Muster, also das Muster was wir dann erstellt haben. Hier geht dann auch eine weitere Option auf. Hier kann ich aus Mustern wählen. Photoshop hat ja eigene Muster implementiert und hier unten finde ich dann meine eigenen erstellten Muster. Ich wähle das dann aus. Das nächste was ich machen muss ist, ich muss das Skript aktivieren und die zufällige Füllung. Und hier unten, das kann man vernachlässigen. Ich wähle 100% Deckkraft, sage ok. Dann öffnet sich ein weiteres Menü. Hier kann ich mir jetzt da einstellen, wie die Fläche gefüllt werden soll mit meinem Muster. Ich möchte das so dicht wie möglich haben. Bei undicht, würde man sehen, ist dann relativ wenig. Ich möchte so dicht wie möglich. Hier kann ich dann die Blätter skalieren. Möchte ich große Blätter, möchte ich kleine Blätter. Wir gehen hier mal irgendwo auf 1 und hier kann man auch die Drehung, also die zufällige Drehung festlegen und ob die Blätter zufällige Farben bekommen sollen oder zufällige Helligkeiten. Gut, wenn ich dann auf ok klicke, dann lädt Photoshop kurz und befüllt mein Bild. Man sieht hier, ich habe hier Leerräume. Das ist ganz einfach, weil ich in meinem Muster hier auch Leerräume habe. Umso weniger transparenten Hintergrund ich bei meinem Muster habe, umso dichter wird dann die Füllung. Man kann das aber ganz einfach mit STRG-C, STRG-V jetzt selbst beheben. Man kann die Blätter hier dann ganz einfach ein bisschen verschieben und hat dann auch einen dichten Hintergrund. Ja, so einfach ist es mit Photoshop Muster zu erstellen. Wenn dir das Video was gebracht hat, dann würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann schreib es bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ciao.